Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, als Noname-Einsatz für unsere 10,8-Pau-Market-Schrauber. Der Schrauber wird jeden Tag 8 bis 10 Stunden im Dauereinsatz genutzt, der Akku ist jetzt seit einigen Wochen im Einsatz und zeigt noch keine Schwäche. Die Haptik ist allerdings ziemlich mies, der Akku wirkt optisch einfach billig. Die Erwartungen in die Lebensdauer sind entsprechend geringer als an ein Markenprodukt. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.